Hallo Leute, wer jetzt absolut keinen Zug findet, das hier ist ein kleiner Trick. Ihr könnt auch Straßenbahn fahren und wie ihr seht, es ploppt auf und es zählt gleich mit. Es ist nur das ganz große Problem, ihr müsst eine ziemliche Strecke heute zurücklegen und das ist mit Straßenbahn natürlich mit Zeit verbunden. Aber wer es unbedingt machen möchte, sollte vielleicht vorher duschen. Das ist angesagt in der Straßenbahn, wenn ihr mal auf die Dame im Hintergrund achtet. Sie ist jetzt hier nicht so begeistert, dass hier eine Frau mitfährt, die öfters mal jagen geht und so weiter. Aber naja, so ist das halt. So, wir sind jetzt hier auf dem Zug, den hat er in Rodes erwischt und das ist die herkömmliche Methode. Wer einen Zug findet, ist das schön okay, aber wer jetzt keinen Zug erwischt, den empfehle ich die Mission Kerosin, Tear und Gear, in der könnt ihr mit dem Zug fahren oder selbst mit dem Zug fahren, ist vollkommen egal. Es zählt beides sowieso heute. Es ist ja nur eine Distanz mit dem Zug zurückzulegen und auf die Idee sind heute noch andere gekommen und da seht ihr den Love Train, wie andere schon mitfahren und es ist nicht ganz friedlich geblieben, aber war nicht so schlimm. Er hat sich dann ins Zugabteil reingestellt, um nicht abgeschossen zu werden und so hat er dann irgendwann mal zwischen Rodes und Fennhorn die Strecke zurückgelegt und das war es dann auch schon. Ich wünsche euch viel Glück beim Zug finden oder beim Straßenbahnfahren. Ciao!